hey leute willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal wir sind hier gerade mal draußen also zum ersten daily vlog und ja ich nehme natürlich immer alles einen tag früher auf ist ja klar damit damit ich das halt am nächsten tag hochladen kann übermorgen kommt vielleicht wenn dieses video drei daumen hoch schafft dann kommt morgen übermorgen vielleicht habt ihr dann eine chance auf ein video mit einer melone also und mit ganz viel rausgehende und so aber nur wenn dieses video drei daumen hoch bekommt gibt es die chance dass das ist also ich hoffe mal dieses video bekommt drei daumen hoch wäre echt nice oder nicht sagen wir zwei weil ich habe ja noch null abos aber auf jeden fall sind wir hier mit meinem vater wie gesagt immer noch zu hause und ich kann jetzt hier noch nicht sonderlich viel machen ich kann euch halt nur alles mal sagen und vor allem der tag neigt sich auch jetzt schon dem ende zu es ist auf jeden fall also es ist gerade dabei dunkel zu werden hier kann ich auch nicht so viel aufnehmen weil wie gesagt hier habe ich halt noch kein also das habe ich noch nicht gesagt aber hier habe ich noch kein eigenes zimmer und deswegen kann ich hier nichts machen und dann bringt das halt nichts hier irgendwas zu machen außer morgen da kommt halt das video übermorgen immer noch übermorgen übermorgen kommt noch das video der melone dann wenn das jetzt zwei daumen hoch schafft zwei daumen hoch kommt das ist doch nicht zu viel verlangt oder auf jeden fall ja ich hoffe mal das schaffen wir einen daumen hoch und zwei daumen hoch und ein abo wären nice dann machen dann ist es 100 milliarden prozentig wenn ich dann noch ein abo dazu bekomme aber ja ich hoffe mal ihr versteht das nicht dass ich jetzt nicht mehr so viel zeit hatte weil ich war den ganzen tag draußen wir waren pokémon go spielen der hype jetzt und ja deswegen habe ich jetzt nicht so viel zeit wenn ihr wollt dass ich mal pokémon go zocke aber ich mag das eigentlich nicht so jetzt zu zocken oder so weil also in den videos nicht weil ich mag halt mehr vlogs machen und ja deswegen ja keine ahne auf jeden fall will ich nicht so viel gaming offen oder am besten gar kein gaming auf dem kanal machen dafür habe ich keinen bock also ich mag gaming jetzt nicht so ich bin halt lieber draußen und ja also ich labere jetzt hier gerade nur der daily walk nummer eins hier wird hier gerade nur was zum labern weil also über morgen kommt auf jeden fall mehr denn heute habe ich halt nicht so viel zeit und ja also ich hoffe mal der kurze vlog eins also ich kann euch mal ganz grob erzählen was wir heute gemacht haben und zwar waren wir wir waren gerade noch vor einem kleinen cousin den haben wir so einen bus geschenkt so einen großen bus der ist zwei oder so mein cousin und oh fuck fast runter gefallen hier habe ich schon einen titel für den vlog fast zum fügel auf jeden fall auf jeden fall was ist das ist das Papa ich dachte schon was ist das ich dachte schon was ist das das ist der vielleicht unser Hund der Hund keine ahnung auf jeden fall äh wo war ich denn jetzt scheiße auf jeden fall ist es auch jetzt egal ich hoffe mal das war kein ernstes thema scheiße naja achso ja ich war gerade bei dem fast im pool geflogen und so ja das war's auf jeden fall für diesen kurzen daily vlog ich hoffe mal also nee ich wollte euch erklären was wir gemacht haben ne das wollte ich machen also wir ähm also morgen war ich bis halb zwölf im Bett weil ich bis vier Uhr aufwach und danach haben wir gefrühstückt dann war ich noch ein bisschen auf der Couch tja keine ahnung und dann wollen wir halt jetzt halt bei meinem Cousin auf jeden fall ich hoffe der kurze Block hat euch gefallen wie gesagt ein Abo zwei Daumen hoch wäre echt nice und dann würde ich mal sagen sehen wir uns äh wieder morgen tschau tschuuuu ähm ja ich bin Kurasu und äh auf diesem Kanal erwarten euch Idee in dem die Vlogs ich hoffe mal das gef-